hallo hier ist die silvia vom stempellädchen ja es gibt was zu gewinnen und zwar dieses super coole kleine stamping up mini schneidebrett ich finde das ja mega toll ich habe selber so eins und nehme das auch immer mit wenn ich irgendwo mal unterwegs bin und möchte was basteln und das hat hier so einen hebelschneider mit einem total scharfen messer also das kann man wirklich gut für unterwegs gebrauchen oder wenn ihr mal wieder gemeinsam basteln könnt das nimmt wirklich nicht viel gepäck weg und oder viel platz weg im gepäck so und das könnt ihr bei mir gewinnen was müsst ihr dafür tun am montag geht ein neues bastel video von mir online und in diesem bastel video habe ich ganz viele verschiedene buchstaben versteckt wenn ihr ganz aufmerksam zuseht und euch die buchstaben rausschreibt ergeben die ein lösungswort müsst ihr ein bisschen rumprobieren ein bisschen basteln auf jeden fall unter allen richtigen lösungswörtern die ihr hier unter meinem video postet verlose ich den gewinner und gebt dem am ende der nächsten woche auch bekannt also ich drücke euch ganz feste die daumen und ja ich würde sagen ihr wir sehen uns am montag macht's gut ein schönes wochenende